du musst bereit rücken oh nein wie macht man das mit der maustaste zurück und vor was ziel hinaus geschossen du musst mit der maustaste du musst den ball richtig schlagen ja ja das ist bei golf golf of your friends das andere da da ist es nicht so dass du so eine leiste wo von rot bis grün ja genau ja aber das ist das kacke ich mag das lieber so ich habe gestern auch nur die eine runde spiel zum testen das war diese toll map die können wir gleich auch mal spielen wenn du bock hast aber die kenne ich ja schon ich bin raus und wieder rein so mag ich es am liebsten ich bin auf einer anderen map nicht so tief ruhiger nicht so tief nein die messer haben mich rausgesäbelt oder er die säbel ich habe gar nicht viel gemacht ja ich kann gerne mal deine map zocken wenn wie heißt die denn wie wie kann ich denn finden lost junger lost wenn deine map für anfänger ist können wir die gerne spielen weil ich spiel gerade meine zweite runde und der kollege hier die erste ja easy verloren digga ah du hast keine versuche mehr okay alles klar man könnte irgendwie auch mal einstellen dass man springen kann aber keine ahnung wie nein nein das war anders geplant also so kann man darüber ja okay alles gleich wird man das dann mal angucken wir sind gerne offen für neue maps denke ich das spiel können wir öfter spielen so lange wenig von zombies irgendwie angerampelt werden jetzt habe ich meine sprache du kannst übrigens auf v kannst du die map angucken ach so stimmt denn ich weiß irgendwie schon fertig ich habe das in zwei ich habe das in zwei dinge genommen gesundheit dankeschön mit einem gezielten festen ja das war kurz vorm hole in one so ein huan guck mal er schreibt gerade hier v zum map angucken f zum letzten schlagpunkt und er zum anfang danke für deine hilfe kannst du auch nochmal sagen wie das ging mit dem springen muss man das irgendwie einstellen oder ich habe das irgendwie mal bei gronk gesehen und die sind ja immer über die halbe map gesprungen ja 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 oh man ey ich war vor dir drin oder ja easy ist ja egal wer vorne vorher drin ist es geht ja darum wer weniger schläge braucht ich war genau ins loch so richtig punkt genau man ok dann gucke ich mal nächste runde danach vielen dank ne warte mal map angucken oh da könnte man könnte man hole in one schaffen jo ist auch nicht ah das sieht gut aus nein das war ein millimeter zu viel oh oh komm bitte ja man wie viel hast du gebraucht drei ja ich auch warte mal man kann auf tap hier alle punkte schon sehen ich habe gerade gesehen im stream wie knapp das bei dir war ja man ja save hacker hacker x der profi das war die falsche richtung spring doch wieder zurück an start hey wie bist du jetzt so hochgeflogen dieser moment wenn man komplett aufgibt ja ich soll gucken wie stark man schlagen kann du kannst ja mit dem mausrad zoomen wusste ich kann es auch first person spielen wusste ich das gucke ich mir einfach rein da kann man da drüber springen also ich bin zurückgeflogen ok also ich bin komplett ich bin komplett dagegen gescharrt dann bin ich aber auch geflogen ja moin haha du na ich wollte dich gerade weghauen deswegen wollen wir das lauschen ja hole in one der profi er fliegt gleich komplett auf eine andere die piraten map oder so als ob du das richtige gefunden hast ja das letzte ich bin einfach rausgeklopst jetzt bist du wieder am anfang ich bin genau in das letzte reingeflogen oh jo das war auch klaus komm jetzt jetzt ist drin schade oh das war zu wenig ich war viel zu viel oh das war ein bisschen zu wenig ja 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 nein nein fuck fuck ich wollte dich gerade so hart weghauen hole in one in three wow Okay, ich analysiere die Situation. Das war zu viel. So abgenibelt, ey. Oh, genau ins Loch rein. Punktlandung. Du hast fast doppelt so viele Schläge gebraucht wie ich bis jetzt. Warte, das guck ich mir wieder erst an. Über uns ist irgendwie ein Portal. Fuck, ich hatte fast hole in one. Okay. Oh, das war auch so knapp. Ich glaube, ich bin an der Lochkante hängen geblieben. Nein. Yes. Ich bin auch so knapp dran. Aber knapp vorbei ist auch vorbei. Fuck you. You two. Dich meine ich ja nicht. Achso. Junge! Ich bin ganz ruhig und gelassen. Mhm. Ja, ja. Also mit Skill hat das hier gar nichts zu tun. Das ist reines Lack. Ja, ja, ja. Boah. 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 Kurz nach Afghanistan geschossen. Oh. Easy. Letzter Versuch. Also erst wieder angucken. Okay, kann man machen. Oh. Oh, viel zu weit. nein viel zu weit ach so man kann da auch unten lang ich habe gedacht man muss jetzt hat mich dort oben so ein scheiß aussortiere da kommt noch ein looping aber du kannst auch darunter die ganze zeit lang ungefähr so also du bist halt das vorher gewusst wäre ich da glaube ich runter gegangen ich habe noch zeit schimmer also nicht schimmer noch mal schnell ich habe einfach komplett ein looping gemacht ich bin einfach komplett durch der schreibt gerade man kann auch von von in welcher von anderen bahnen wenn man instant das loch trifft dann zählt es auch bist du so ein so ein golf mit profi oder was knapp oh nein jetzt kommen nur noch so richtige abfuck maps ich bin viel zu stark die ganze zeit und jetzt will ich erst weil ich die ganze zeit zu stark und jetzt ich bin das ist die 18 18 stunden geht noch direkt rein hast du das gesehen der profi der profi denkt man ich habe eigentlich gedacht so ja das wird vielleicht zu wenig aber es war viel zu viel ich bin ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich ich bin ja ich habe 115 ich meine okay wir müssen anscheinend mehrere portale zu viel damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich habe dich ich habe dich einmal gekickt aber es war nicht was gebrauchen wie lange hast du denn gebraucht für deine kaste mehr billen dort und so was das dauert wahrscheinlich ewig ja hier spielen wir jetzt mal ich bin mal die die troll map also ich kenne die zwar schon aber ich will sehen wie du getrollt wird 188 okay das ist schon ein bisschen heftig das ungefähr doppelt so viel wie ich für assassin's creed valhalla gebraucht haben du bist gar nicht mehr in meiner lobby das steht springen erlauben okay aber ich glaube mein spiel ist gerade fängt passiert gar nichts hatte ich vorhin aber natürlich auch ja ich glaube auch die deko da würde ich mich auch wahrscheinlich voll 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 drin verlieren warum kann ich das spring nicht an machen ach so weil weil da steht die voll settings ja ja mach bereit 1000 stunden so viel zeit habe ich gar nicht jetzt hinkst du bei mir auch von dem ersteller sieht man kein ping wahrscheinlich weil du sozusagen nicht selber bist du hast bei mir ein 255er ping ja sehe ich auch gerade ich kann auch gerade überhaupt nichts tun jetzt hast du 34 und bist bereit ich habe schon mit dieser musik ich habe schon mit dieser musik hallo da und willkommen zu yet another golfe map hier ist das ding du siehst du wie ein strahnschotter jetzt werde ich dich nicht beurteilen mit minuten Details oder einem schausten weil wir beide wissen dass du nicht wissen wie zu lesen also ich werde euch zu lesen willkommen zu smithereens, memes und trollen was war das? ist das wirklich der Name? das ist kein Platzhalter? ja kann ich vollkommen verstehen ich werde mir die auf jeden fall wenn du so viel zeit da reingesteckt hast werde ich die mir auf jeden fall mal angucken easy warte ich will jetzt mal was gucken oh ne geht gar nicht oh ne geht gar nicht oh danke scheiße dankeschön ach diga so bad so scheiße diga ich fand die map mega diga easy hast du gesehen wie ich da rausgesprungen bin? ja ich warte als erstes immer bis du schlägst damit du mir nicht nach machst ach ja ich weiß ganz genau dass es falsch ist aber ja man so ging es mir gestern auch ich weiß dass es falsch ist aber ich hab bock was was plus 10 fuck wo bist du? bist du fertig? du hast nur 10 strokes gemacht und es gibt wenn du da lang gehst gibt dir das 10 plus 10 schläge deswegen habe ich jetzt 10 schläge bekommen diga und ich scheiß direkt voll rein mann und ich scheiß direkt voll rein mann ob du scheiß oh fuck ich frage den preis aber wenn der gleich rick rick kommt das wäre schon fresh never gonna give you up never gonna let you down Ich habe die Trollmap gestern schon mal gespielt, aber ich wollte dir hier meinen Bruder unbedingt zeigen, weil die einfach... Okay, warte mal, wie war das? F für den letzten, ja. Jo, und F für komplett. Boah! Nee. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, lost. Nein! Ah! Ich Idiot! Huch! Das versuche ich... Das versuche ich jetzt. Nein! Scheiße. Das will ich jetzt... Hat mir hier drin unendlich schlägt? Anscheinend. So. Aber wir sind noch nicht hin. Nein! Hahaha! Ich komme hier nicht raus. Zu schlecht. Okay. Man hat nicht unendlich. Du bist noch nicht fertig, kann das sein? Jo. Ja, mach. Weil, weißt du, was man hier überhaupt tun kann? Schau mal. Denied. Denied. Ja, deswegen wartest du da. Ich, ich, ich hätte dich die ganze Zeit weggeschubst. Denied. Aber schade. Ja, dann gehe ich halt ins Ziel. Denied. Das Level habe ich gestern nicht gecheckt. Hast du das trotzdem bekommen? Hinbekommen? Irgendwann schon, ja. Lol. Lol. Warte. Äh. Ich hab's... Äh, lol. Ich hab's so sauschnell hinbekommen. Und da kommt der irgendwas so hin. Ich hab jetzt auch nicht gecheckt, warum das bei mir jetzt funktioniert hat. Ich hab's so sauschnell hinbekommen. 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 Oh. Also doch so. Ach, da ist der Schotten. Okay. Okay, ich versteh's nicht. Also ein Hole-in-One ist hier unmöglich, glaub ich. Ey, was muss man denn hier jetzt tun? Du musst fest genug gegen das Schiff da hinten hauen. Oder was ist das? Gegen das rote. Äh, damit du halt... Drück R. Damit du komplett zum Ziel fliegst. Und so gerade wie möglich natürlich auch. Zoom mal weiter raus, damit du deinen Schläger weiter siehst. Musst ordentlich Schwung holen dafür. Yo, als ob. Wow. Yo, das musst du aber auch erstmal wissen. Ja, deswegen sag ich's dir. Ja, was war das? Hä? Komm mal, hau ordentlich rein. Äh, der hat meine Maus gar nicht gesehen. Nimm mal... Kannst du noch mehr DPI gerade einstellen? Ja, könnte ich. Mach mal. Hoch. Ach nee, das ist ja Licht. Heißt, ich hab mein... Nee, ich war auf der höchsten DPI-Zahl. Komm, hau ordentlich rein. Du hast noch 30 Sekunden. Ich muss... Ich muss mehr Spinat essen. Was machst du denn? Ja, ich hab's nicht so schnell. Hä? Kannst du den Schläger ganz weit raus und ordentlich zuhauen. Ja, Zeit vorbei. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht, Schläger. Ja, wie jetzt hast du halt erst gemacht. Ja, weil hier gibt's auch nichts, was du checken musst. Entweder machst du hier direkt den Ball rein oder du hast Lack. Oh, du bist halt scheiße wie ich. Ja, jetzt lass einfach so. Warte, ich will weiter hier. Ja, Mann. Ja, weil es Spaß macht. Ich bin da gestern ewig lange rum, 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 gebobbelt. Ja, Mann. Okay. Du hättest warten können, du bleibst irgendwann liegen. Ah, mit L kann man den Ball beleuchten. Ah, jo. Wow. Wie hart ist er. Ich danke für deine ganzen Tipps. Ich glaub, wir... Wir wären so lost gewesen. Die Map heißt ja auch Trolls und Memes. Achso, du kannst dich da an den Ecken gar nicht entlang schlafen. Nein, deswegen kam ja die Musik gerade. Wieso bist du so lost? Was für lost, ne? Wo sind die Hater? Und da hab ich ewig gebraucht. Äh, das ist ja Comet Aids. Äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Okay, nice. Oh. ich glaube das wird nicht jetzt weiß ich wie sich der ball bei roulette fühlt ja okay raus ist drin ja ich habe jetzt so oft versucht zu schlagen und direkt reinzukommen und ich habe es endlich geschafft so close ja warum kam die musik jetzt softy-saltty oh jeet 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 super hinder Nein, schwache Arme. Du musst in das Rechte ganz leicht rein. Das Rechte. Das Rechte. Aber ganz leicht, Softly heißt leicht. Ich weiß, Junge, aber hä? Sanft. Ich drücke auf Erd. Soll jetzt ganz sanft rein. Perfekt. Oh, echt. Und jetzt? Ganz links siehst du da so einen hellblauen Schimmer, ne? Da geh rein. Ah, daneben. Du brauchst ein bisschen mehr Feingefühl. Ey, wieso hat sich die Scheiße hier gerade ge... Ey, halt alles aber. Ich fahr halt genau hinter dem Stein. Ja, ein bisschen zu viel. Oh, fuck. Okay. Ja, fünfhundert sind... Sammeln. Okay. Huch. Ich weiß übrigens nicht, ob hier wirklich drei Löcher versteckt sind. Ich kann dir nur sagen, dass ich eins gestern gefunden hab. Ja, ich weiß auch, wo eins ist. Wo? Ähm. Äh, was da ist ne... Ey, yo. Ey, drück mal Leuchten bei dir an. Ich will wissen, wie es bei dir aussieht. Weiß. Bei dir leuchtet es weiß? Mhm. Ja, bei mir leuchtet es halt... Blau. Ja, aber halt so türkis. Ja, halt. Ja, hellblau. Ja, okay. Ich glaub, wir haben das gleiche Löcher gefunden. Ja, genau. Das hab ich gestern. Ja, schade. Ja, schade. Ordentlich reinballern. Du musst ballern, Junge. Ballern. Easy. Okay. Und die Tanks der Lauf. Ich bin einfach dran vorbeigeflogen. Ja, ich auch. Egal, wenn er noch dran vorbeigeflogen ist, dann nope. Bitch. Nope. Holy shit. Schade, dass ich Sounds bei dir nicht mehr höre. Das kann dir gut sein. Ne. Du musst ganz sanft. Nicht fest. Wirklich komplett sanft. Und ein Stück nach links. Weiter links und sanft. Oh, okay. Oh. Triple care. ist das zum glück kenne ich die map schon ich will einfach nur sehen wie du getrollt wirst jetzt mal ich habe gerade nicht gelesen hier das steht jetzt und deswegen musst du das auch so ähnlich machen jetzt mal gucken was da steht ich will dir nicht komplett helfen ein bisschen sollst du auch denken ich sag mal so das was das tor blockiert sind zielscheiben die man eigentlich im normalen spiel treffen sollte das da habe ich gestern auch überhaupt nicht gecheckt ja aber was ist das ja nicht welches ich habe das gestern bis gestern so gemacht weil ich habe hat einfach minus 1 stroke bekommen ja ich habe schluss ein jetzt ja schade minus 1 stroke ja man ich bin drin ich habe das einfach so gemacht gestern ich habe gegen die rückwand einfach so fest ich konnte gehämmert minus 1 stroke also ich habe mich einmal umgedreht gegen die wand volle bolle gegen gehämmert und dann bin ich reingekommen so habe ich das gerade eben auch gemacht minus 1 stroke ich glaube du musst ein naja ich sehe jetzt wo das ziel ist da ich fertig bin das ist wirklich genau neben dem startpunkt wie ist es so ist es wird ein leuchter minus 1 kann man denn so viel pech beim roulette haben macht vielleicht mal so sanft wie möglich so dreckig dieses game Verpiss dich! Fuck! Das geht mir so bad. Oder diese Net Air gesungen. Oh bitte, fuck! Okay, fuck. Jala, jala, jala. Ob du es jetzt hinbekommst? Aber ich nicht. Ach ne, wir... Vielleicht bekommen wir... Oh bitte, bitte. Ja, diese scheiß Musik. Junge. Das hat wirklich nichts mit Skill zu tun. Ja, Mann. Triple Boogie. Hauptsache, die Musik kommt trotzdem. Nein! Nein! Da! Ja, ich hab's auch geschafft. Als ob du drei hast. Mhm. Easy. Jo, hast du, komm mal nach ganz oben. Ajo. 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 Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, das war zu fest. Das war zu leicht. Das war zu leicht. Oha. W-what the fuck, das geht auch? Nein! Okay. W-what the fuck? W-what the fuck? W-what the fuck? Ah, what the fuck? Das Spiel hatte gerade richtig Bock mich zu trollen. Nein! Also, fuck. Ich hab R gedrückt anstatt S. Schief. Nein! Als ob ich wirklich genau vorm Ziel stehen bleib. Ey, Mann. Ich steh genau auf der Kante. So, ich bin jetzt mal ganz kurz auf Toilette. Eben. Fuck. Ich war zu schwach. Ah, und ich... Aber ich werde trotzdem hier ge... Lol. Hat niemand gesehen. Auch fuck. Niemand gesehen. Genau. Einfach aus diesem scheiß Rauche raus. M-m-m-m. Ernst. Nein, ich habe schon wieder R gedrückt. So, ich bin wieder da. Hallo. Aber irgendwie lag das gerade voll, der Stream. What the fuck? Irgendwas stimmt hier nicht. So ist es. Hä? Bin ich lost? Anscheinend. Junge, warum... Ah, meine DPI sind jetzt... Meine Maus war verstellt. Ja, Mann, jetzt hau ich voll raus. Jetzt hau ich viel zu viel drauf. Oh Mann. Nein. Perfekt. Ja, ich bin... Ich habe das auch erst so versucht wie du, aber dann bin ich auf der Hinteren gegangen und der hat mich dann direkt zum Ziel rein gemacht. Oh nein! Fuck. Ich war... Komm bitte. Nein, ich bin nicht... Boah, das ist so verschoben. Lol. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ah, okay. Ja. Wir haben eben mehr. Finished. Ja. Kann ich bitte ein bisschen schneller rollen. Das wäre cool. So, und was spielen wir jetzt für eine Map?